Also, wir können uns jetzt darauf einigen, die sind auf, was hast du gesagt, hier? 340, 340. Da kommen sie gleich über die Straße. Ganz hinten im Gemüse oder schon? Ja, da siehst du die Straße hinter den Bäumen, da müssten sie gleich rüberkommen. Ja, okay. Also, so, so, was sind das? 700, 800 Meter? Ja. Ja, das wird knifflig. In der kleinen Hütte, da hast du die gelegt, ne? Ja. Ja, mal gucken, wie viele Sekunden hast du noch, was schätzte? Nicht auf die Uhr gucken, raten. 10? Also, es ist... Beeil dich. 21, hab ich gesehen. Ich würde mich beeilen. Nein! Knapp. Oder hast du dich verklinkt? Ich gehe da hin und sehe so, 1, das schaffe ich noch, 0. Nein! Ich bin gerade, wo ich das extra-lose-lose-lose-lose-lose-lose-lose-lose-lose-lose. Wackelt. Das Haus wackelt. Wo ging das hin? Ich habe keine Ahnung. Kann man schon runter? Oh! Genau unten in unser Camp. Hast du gesehen? Neben dem Lagerfeuer. Patsch. Ja, ich habe es überlebt. Überlebt würde ich nicht sagen. Oh ja. Kriegen wir gerade vom Camp auf einen Geheiz. Also hier ist noch unsere gesamte Infanterie. In Elektro. Die Patrouille, die dann Richtung Delta zum Wald wollte, hat nach der Explosion umgedreht. Die gucken jetzt alle in die Richtung und bewegen sich. Das ist doch die amerikanischen Marschflugkörper. Die bitte nicht vermieden, ne? Oder du das so schlecht schätzen kannst mit der Zeit. Oh, hoppla, gewonnen. Was? Ich meine, oh, hoppla, gewonnen. Das soll die anderen. Ja, genau. Deswegen. Genau, deswegen. Die letzte Granate war ziemlich nah. Sie noch nicht davon überzeugt, da wegzulegen. Oh, und wir haben den mit der Fabrik über, oder zumindest in Schornstein, eingerissen. Oh. Er hat Blut auf dem Monitor. Oh, Explosion. Ach du Kacke. Ich glaube, der Kamov ist da irgendwie... Ist der Kamov da in irgendwas rein? Oder was war das, was da hochgegangen ist? Ich glaube, das hat gerade komplett Foxtrot ausgelöscht da hinten. Hm. Okay. Eventuell, ich glaube, das, was mich gesprankt hat, hat auch die anderen getötet. Den anderen Squad, das ist nur noch Alpha da. Drop your weapons. Amerikanski. Drop your gun. Ich gehe wieder. Richtig gesehen. Der UFC war nicht von uns. Also, äh, nicht von denen, denn... Könntest du wegfahren damit. Ja. Das ist jetzt dreist. Ah, da oben, da oben ist jemand im Licht. Warum hast du das nicht gefilmt? Hast du das gefilmt? Äh, ja, ich glaube, die Aufnahme läuft noch. Ah, ich habe jemanden zu Gemüse geschossen mit einer Saiga. Ich hätte nicht gedacht, dass ich treffe. Scheiße. Ich wollte ihn nur in die Beine schießen, oder so. Ich muss doch bei der Schallgeimpf-Marke raufbleiben. Warte, ich habe eine tolle Idee. Scruffy, filmst du nochmal? Ja. Wo sitzt du? Hier vorne um die Ecke. Mal gucken, was sie sagen, wenn ich jetzt... Ah, ja. Ah, ja, da vorne. Weißt, was ich vorhabe? Ja, ja, ja. Tu es, tu es, tu es. Und ich bin draußen. Der guckt sofort, was los ist. Ja, und sie feuern. Ey, ich lege jetzt mal eine ID hier auf die andere Seite. Ah, ich habe nur eine Large. Meinst du, die kriegen zu viel Schaden, wenn ich die hier sprengen? Ich mache es einfach mal. Ja? Ich habe eine Handgranate zum QC gewuppt. Okay, die haben 55 Sekunden. Dann geht das Ding hoch. Einfach da oben, offen über das Ding, wo es jetzt auch beleuchtet ist. Dafür muss ich mich mit der Saiger beschießen. Da liegen übrigens drei hinter. Ja, einen habe ich da aus Versehen kaputt geschossen. Das wollte ich gar nicht. Soll ich mal die Satchel zünden? Ah, die haben mich. Die haben mich. Oh, Kacke. Die läuft ab. Die läuft ab. Ich wollte die eigentlich gerade wegnehmen und so weiter nach hinten. Aber die haben mich jetzt endlich. Oh, dann muss ich das ja filmen, oder? Ja, hier läuft ein Timer ab. Ich sehe die Satchel. Ich sehe, wie sie da runterlaufen. Wie viel hat die Satchel? Ich hatte die auf 55 gestellt. Aber ich habe nicht auf die... Ah, das war es. Jetzt ist auf jeden Fall ihre Deckung weg. Geradeaus und dann eject. Das ist eine großartige Aktion. Also lenkt sie auf jeden Fall ab. Dann kannst du wieder von der anderen Seite zu ihnen hinrennen. Achtung, ich werfe da meine Handkarnate rüber. Ah, weg hier. Ich habe wieder einen mit der Satchelgriff Makarov angeschossen. Aber er hat mich auch angeschossen. Sie haben mich. Sie haben mich. Wie haben die mich entdeckt? Ich gucke so über den Berg und bin gleich unter Feuer. Ich räuchere deinen Rückzug ein. Mit meiner Marke rauf. Ja. Vielleicht sollten wir uns auch mal ins AT-Livestreaming gehen. Das ist die Leitung beim Zocken schlechter. Komm, unsere Leitung sieht jetzt nicht so mies. So doppel streamt, dass man unsere Bilder gleichzeitig sieht, wenn wir zusammenarbeiten. Das kommt doch nie vor. Ist ja eigentlich mal cool. Das wird doch nie vorkommen. Ah, kommen Laser durch den Raum. Oh, da kommt wieder welche ohne Ausrüstung. Ich glaube, ich lasse mich mal zurück zu unserer Kiste fallen lassen. Und ich glaube, ich frage mal Greywolf, wie das denn aussieht. Ob das jetzt einen Rückzug gibt. Hat mich gesehen. Okay. Okay. Ich glaube, ich bin ein bisschen zufrieden. Hab ich gefunden. Sehr gut. Stand hinter mir, hat gewartet. Ach, der hat kein Nachtsichtgerät. Das ist natürlich kacke, der muss da gucken. Das ist natürlich doof, wenn der noch welche von mir unterwegs ist, die kein Nachtsichtgerät haben. Ich hoffe, der kann sich das jetzt klauen von mir. Das haben wir vorhin schon gefilmt. Hab ich gerade geschafft, die suchen mich. Ich bin aber jetzt hinter ihnen, weil ich einmal ums Haus gelaufen bin. Läuft du gerade so hinter ihnen mit und die kapieren das nicht? Ja, die sind hier nicht mehr so ganz verteilt, aber ich bin hinter dem Sunny. Und irgendwie hat mich auch schon angeguckt. Also ich bin jetzt in deren Gruppe quasi, in Formation. Das ist echt scheiße, dass die einen noch abschießen müssen. Die haben aber Nachtsichtgeräte, also. Vorhin, der hatte ne Ausrede. Schieß einfach mal allen einmal in den Arsch rein. Und wer nicht. Für sowas hab ich ne Schallgelämpfung Marker drauf. Gut, ich lass euch da mal in Ruhe. Also, tage mein Stierfallwerber. Wieso, ich hab dich doch abgeschossen. Was? Ich hab dich abgeschossen. Was, jetzt zweite Mal eins? Ja, klar. Achso. Natürlich. Wir haben zwei Kilogramm und, äh... Aber wir hätten euch vorher schon so platt machen können. Ja, ey, was soll ich machen? Ich bin mit ganzem Zeit mit angezeigt, weißt du, wann ich mit LKW sehe? In dem Augenblick, wo ich rüber und drüber fliege, dann wird der mir auch einfach angezeigt. Und komisch. So, komisch. Und deswegen geht mich zu Tra-Amerikaner töten. Der mich echt zu spät entdeckt. Ich hab's auch angeschossen, das ist so lustig. Äh, die haben ja einen Sunny dabei. Irgendwer fuhr mit dem Fahrrad rum, den will ich gerne erschießen jetzt. Ja, ich frag mal eben nach, wer so blöd ist und Russeneinheit und mich als Feind erkennt, ne? Die heilen sich hier erst, das ist ne dumme Idee. Bravo, blöde, rutschendige Mann. Jetzt haben sie mich. Ich glaub, das gab gerade Panik. Das ist ein...